Der Abwärtstrend bei den Corona-Neuinfektionen und der Spitalsbelegung mit Covid-Erkrankten in Österreich hält laut den Prognoserechnern an. In einer Woche wird eine 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner von 520 erwartet, mit einer Schwankungsbreite von 410 bis 680 Fällen. Am Mittwoch sinkt der Wert erstmals seit Mitte Jänner unter 1.000 auf, 923 bei der zweiwöchigen Vorschau auf die belegten Krankenhausbetten ist ebenfalls in etwa eine Halbierung zu erwarten. Die Fallentwicklung ist nach wie vor in allen Altersgruppen rückläufig, betonen die Experten der Technischen Universität Wien, MedUni Wien und der Gesundheit Österreich GmbH in ihrem wöchentlichen Update für das Gesundheitsministerium. Die geringste 7-Tage-Inzidenz werde in Kärnten mit 260 bis 430 Fällen und die höchste in Wien mit einem Wert zwischen 530 und 870 erwartet. Aufgrund der Osterferien ist mit einem rückläufigen Testgeschehen bei gleichzeitig verändertem Kontaktverhalten zu rechnen, heißt es in dem aktuellen Dokument. Der Rückgang der Fallzahlen schlage sich weiterhin auch auf die Anzahl der hospitalisierten Patienten und Patientinnen nieder. Auf den Normalstationen wird bis zum 27. April österreichweit mit einem Rückgang auf 1.074 Covid-Erkrankte gerechnet. Aktuell befinden sich noch 2.147 Betroffene in Normalpflege. In der Intensivpflege prognostizieren die Wissenschaftler einen Rückgang auf 105 belegte Betten in zwei Wochen. Derzeit sind es noch 190 SARS-CoV-2-Infizierte auf Intensivstationen. Die Experten weisen auf die weiterhin hohen Personalausfälle aufgrund von Erkrankungen und oder Isolation in den Spitälern hin. Zudem unterscheidet die Belagsprognose nicht zwischen Personen, deren Hospitalisierung kausal auf Covid-19 zurückzuführen ist, und Personen, die ursprünglich aufgrund einer anderen Diagnose hospitalisiert worden sind. Trotz der sinkenden Fallzahlen soll ein gewisses Augenmaß nach wie vor nicht fehlen, denn vorbei ist es nicht und es ist auch nicht so, dass es nicht wiederkommen wird, warnt der Infektiologe Herwig Kolleritsch von der Miet-Uni Wien. Das heißt, wir werden mit dem Virus leben lernen müssen und halt gewisse Grundregeln beachten, zum Beispiel bei großen Menschenansammlungen oder in Altersheimen, auch wenn es nicht vorgeschrieben ist, eine Maske aufsetzen, empfiehlt der Mediziner. Das Nationale Impfgremium, dem Kolleritsch angehört, hat am Dienstagabend einen vierten Stich vorerst weiterhin nur für Risikogruppen empfohlen. Das könnte sich vor dem Herbst aber ändern. Es arbeiten die meisten großen Impfstoffhersteller, die sich mit Covid-Impfstoffen beschäftigen, schon an Variantenimpfstoffen. Das heißt, an Impfstoffen, die sowohl die klassische Variante umfassen, als auch die neueren Omikron-Varianten oder nur die Omikron-Variante, berichtet der Impfexperte. Man sei aber auch mit dem konventionellen Impfstoff, vorausgesetzt es bleibt diese Virusvariante, die Dominante, sehr gut aufgestellt, auch um die Infektionswellen im Herbst einigermaßen zu beherrschen, nämlich einerseits um schwere Erkrankungen zurückzudrängen und aber auch generell die Infektionszahlen niedrig zu halten. Betont Kolleritsch. Betont Kolleritsch. Vielen Dank.